Untertitelung des ZDF, 2020 Letzter Schulausflug Macht nichts, wenigstens habe ich Big Ben gesehen Ja, noch nie hat ihn jemand so aus der Nähe gesehen wie wir Nur schade, dass wir am Ende getrennt wurden Irgendwann fahren wir nochmal zusammen hin, bis dann Oh nein, armer Adrien Dieser Ausflug war eine Katastrophe Eine Katastrophe? Wirklich? Zu Marinette Es tut... Du zuerst Nein, du bitte Ich hätte die Statue nicht küssen dürfen, aber hätte ich gewusst, dass du das bist, wäre es kein Streich gewesen, weil... Nein, nein, es ist meine Schuld Als du weg warst, hatte ich Angst, dass du wütend auf mich bist Also kam ich auf die Idee mit dem Streich Ich war nicht wütend auf dich, tut mir leid, dass ich dir das Gefühl gegeben habe Ist das wahr? Dann sind wir beide noch Freunde? Natürlich, aber wir sollten uns vielleicht lieber keine Streiche mehr spielen Ich weiß, meine Scherze sind nicht gut Findet das Mädchen, das ich liebe auch Das Mädchen... das... das du liebst? Alles okay, Marinette? Ja, ich bin froh, dass wir Freunde sind Sehen wir uns morgen in der Schule? Ja Du hast ihn gehört Adrien liebt ein anderes Mädchen und ich bin nur eine Freundin Ich bin sicher, das Leben hält noch viele Überraschungen für dich bereit Natürlich, ich schicke jemanden, der sie abholt Es ist ein Jahr her Je länger sie ihm verschweigen, was sie machen, desto schwerer wird es für ihn, wenn er es rausfindet Kleiner Kater auf dem Dach, ganz allein, ohne... Adrien! Vater? Es gibt etwas Wichtiges, über das ich mit dir reden muss Ich wollte es dir schon lange sagen, doch ich fand nicht die richtigen Worte Ich denke, ich weiß es schon Aber woher? Ich merke, wie nah du und Nathalie euch seid Wenn sie dich wieder glücklich macht, dann... Soweit es mich betrifft, gehört sie schon zur Familie Wie kannst du so etwas nur denken, Adrien? Niemand könnte deine Mutter je ersetzen Solange sie in unseren Herzen ist, lebt sie weiter Wir erwarten Gäste, mach dich bereit Wow, dein Vater ist wie ein Stück Tom-Käse Die Rinde ist so dick, dass es fast unmöglich ist, an das Innere zu kommen Sei nicht so hart zu ihm, Black Heute vor einem Jahr ist Maman für immer verschwunden Wir dürfen Adrien an so einem Tag nicht allein lassen Stimmt Aber sein Vater wird uns auf keinen Fall zu ihm lassen Okay, dann machen wir ihm doch ein Video und sagen ihm, wie wichtig er uns ist Gute Idee, jeder von uns nimmt eine Nachricht auf Und dann schicken wir sie ihm Okay, los, Marinette Nein, nein, jemand anderes fängt an Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll Okay, ist gut Also, Nino, bist du bereit? Action Hey, mein Freund Dein Vater wartet unten auf dich, Adrien Äh, ich bin gleich da Maman? Sieh mal einer an, wie groß du geworden bist Gabriel, ist dir nicht unglaublich süß? Ich bin sicher, Adrien ist am heutigen Tag überaus erfreut über den Besuch seiner Tante Ähm, Tante Amelie? Ich freue mich so sehr, dich wiederzusehen Ich dachte, an so einem Tag wäre es besser, wenn wir alle zusammen sind Oder, Schätzchen? Aha Felix? Schön, dich wiederzusehen Oh, sie sehen wie Zwillinge aus Oder, Gabriel? Weißt du noch, dass sie früher gerne die Rollen getauscht haben? Einmal haben sie dich und Emily ein Wochenende lang getäuscht Wir haben so gelacht Nochmal lasse ich mich nicht täuschen Hallo, Onkel Felix, du weißt doch, dein Onkel war noch nie sehr körperlich Oh, ist das süß Du trägst ja immer noch dein Ehering Ich nehme mal an, du hast auch noch Emilys Du hast nie auf meine Nachricht geantwortet Ich hätte die Ringe immer noch gerne zurück Diese Ringe sind mir offensichtlich überaus wichtig Sie sind mir auch sehr wichtig, Gabriel Die Schmuckstücke gehörten schon immer der Gram der Vanillie-Familie nicht Den ergreßt's Das klären wir noch Es war eine lange Reise von London Ihr wollt euch sicher ausruhen, Nathalie Folgen Sie mir Bring Felix in dein Zimmer Ja, Vater, komm Felix Du sollst wissen, dass wir an dich denken Dass du meinen Freunden das Video geschickt hast Ist unverzeihbar, Felix Dass sein Vater nicht mehr da ist, um ihn von Blödsinn abzuhalten Ich verdiene keine Vergebung Ich habe meinen Cousin Gefahr gebracht Er hat recht Keine Entschuldigung wäre genug Ich hoffe nur, dass ich daraus lerne Und dich eines Tages als besserer Mensch besuche Es tut mir leid Ich versuche es wieder gut zu machen Bei dir auch, Onkel Au revoir, Felix Felix Felix, warte Adrian, bleib hier Wenn dich mal irgendetwas beschäftigt Ruf an, bevor du etwas machst, das du dann bereust Ich habe großes Glück, dass es dich gibt Tut mir leid, Black Hätte Felix nicht dein Käse ruiniert und mein Handy genommen Wäre nichts davon passiert Dein Cousin kann wiederkommen, wann immer er will Meine Freunde haben Nachrichten für mich aufgenommen Wie nett von ihnen Ich habe eine Idee Piu, 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 piu Hey Leute Ich habe eure Nachrichten nicht gekriegt Aber ich bin sehr gerührt, dass ihr heute an mich gedacht habt Ihr seid die besten Freunde, die man sich erträumen kann Ich liebe euch, euch alle Ich liebe euch Ich liebe euch Ich liebe euch Ich liebe dich auch, Adria Ich liebe euch Wieso schenkt man jemandem etwas, das nicht gegessen werden kann und keinen Geruch hat? Wenn du mir das schenken würdest, wäre ich ziemlich beleidigt Ich sollte mir eine zweite Meinung holen Was ist das? Ein Geburtstagsgeschenk für Marinette Wir machen eine Überraschungsparty für sie Marinette? Das Mädchen, das den Modewettbewerb gewonnen hat Von ihr war mein Hut für die Show Sie ist ein tolles Mädchen Sie hilft gerne anderen und... Ich habe dir nicht erlaubt, zu dieser Geburtstagsparty zu gehen Bitte, Vater Marinette hat es verdient, dass all ihre Freunde kommen Na schön Danke, Vater 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 Vielen Dank.